In den letzten Jahren war Pietro Lombardi immer mal wieder im Fernseher zu sehen, zum Beispiel als Juror bei DSDS. Mittlerweile ist es TV-technisch recht still um den Sänger geworden. Das finden viele seiner Fans offenbar schade. Im Zuge einer Fragerunde bei Instagram wollte ein Fan von Pietro wissen, ob er nächstes Jahr wieder bei DSDS dabei sein wird oder ob er sein eigenes TV-Format bekommt. Darauf antwortet Pietro, Also ich habe viele TV-Angebote bekommen für eigene Formate. Das steht noch offen. Und zu DSDS zurück, wer weiß, mal schauen. Es scheint also, als wäre Pietro alles andere als abgeneigt, auch mal ein eigenes TV-Format zu starten. Nach dieser Frage will ein anderer Fan von Pietro noch wissen, ob generell neue Projekte für 2021 geplant seien. Auch dort spielt er wieder darauf an, dass TV-Sachen geplant seien. Zusätzlich kündigt der Sänger an, sein eigenes Eis herauszubringen. Scheint also, als käme in diesem Jahr jede Menge auf Pietros Fans zu. Wir freuen uns schon!